Hallo meine Damen und Herren, das ist mein neuer Kanal. Das ist mein neuer Kanal, er heißt Commentary News. Und ich werde ein paar Details über YouTuber machen. In den nächsten zwei, drei Tagen werde ich über Niklas Holzfors, so heißt er auf Skype, Niklas.Holzfors1 machen. Also, andere kennen ihn auch unter dem Namen The Magnum, Let's Player, also der macht Commentaries. Und ja, ich mache so ein paar Infos, ein paar News, was ihr noch nicht wisst und so. Also, er wird heute Abend ein Video hochladen, also sein nächstes Video, mit seinem Gast, der heißt Ahrensburg Alex, vielleicht kennt ihr ihn. Ja, ich habe hier ein kleines Spektell, ich habe nicht die Schussschrift, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, schau zurück. Und ja, heute Abend will das hochladen, also guckt einfach auf seinen Kanal, The Magnum. Sagen wir mal so, um 19 Uhr guckt da einfach mal drauf und wenn es noch nicht ist, dann guckt hier um halb acht drauf. Und ja, vielleicht wissen es nicht alle, aber manchmal wissen es bestimmt, er ist 17 Jahre alt und er hat Geburtstag am 26.09. Also er hatte schon Geburtstag und er heißt ja Niklas Holzfors auf Skype, also Niklas von Holzfors 1 auf Skype. Ja, und wie gesagt, dann sage ich jetzt mal was über meinen Kanal, also ich habe das so mit Niklas abgemacht, dass, also ich habe zu Niklas gefragt, ja, soll ich sowas mal mit dir so über, also so einen Kanal machen und nur über dich reden? Also nein, das möchte ich nicht, dann denken alle, ja, dass ich nur an mich selber denke, also wenn manche denken, er ist ehrgeizig und denken nur an sich selber, nein, er ist es nicht. Dann habe ich mir einfach so gesagt, ja, ich werde dann immer so für drei Tage immer so oder für zwei Tage mal sehen, ob ich Zeit habe, weil ich habe ja noch Schule und so. Und dann, ähm, so über andere YouTuber machen, ihr könnt mir ja dann auch mal in die Kommentare schreiben, über welche YouTuber ich machen soll. Ähm, ja, dann werde ich die einfach mal anschreiben oder so oder mal so im Internet gucken, was es über die gibt und dann so nachforschen und so. Also, ähm, also ich habe nur Schule, also ich bin sieb vier Klasse, ich bin 13 Jahre alt, mein Name ist Leon, also ihr könnt mich auch Moderator nennen, keine Ahnung. Und, und ich bin auf den Kanal gekommen, aber auf den Kanal nahe, könnt ihr euch nochmal bei, ähm, Niklas bedanken. Ihr habt vielleicht so toll drauf bekommen, ich hatte nur Cut-Namen und so. Und ja, bedankt euch bei Niklas, weil, wenn ich Niklas, also, wenn ich den Kanal von Niklas nicht entdeckt hatte, dann hätte ich auch nie meinen Kanal geöffnet. Ich weiß nicht, weil Niklas ist bestimmt, ähm, wenn ihr es euch anguckt, der ist ein Vorbild für euch, man. Der macht das so toll, ne. Er ist mit Leidenschaft da und dann, das finde ich so toll, man. Also, ja, schreibt mal einfach in die Kommentare, über welche Stars ich machen soll oder über welche Themen. Ich kann auch über, über normale Themen machen. Ist kein Problem. Deswegen mir nur so in die Kommentare schreiben, ja, ja, du sollst ja über Tee machen, Team, und dies und das und das. Also, guckt einfach bei mir vorbei, guckt bei Magnum vorbei, er ballert mich nochmal in die Infobox, glaube ich, denke ich mal. Denk ich mal, Niklas, machst du mit? Und dann, ähm, ja, was ist das eigentlich für heute, oder? War da noch was? War da noch was auf meinem Peppi? Ähm, ne, also, Ahrensburg, Alex, wird da mitmachen, er lädt das Video, glaube ich, heute hoch mit dem Gast. Also, Alex, mach dich bereit. Und, ähm, ja, das war's eigentlich für heute. Ich melde mich, ähm, ich melde mich, ähm, also, ich melde mich spätestens morgen Nachmittag. Ja, ich werde das Video jetzt gleich hochladen, ja, ich hab nur noch 18% und der Wind ist hier mega flaut. Vielleicht hörte das. Mega flaut hörte das, Mann. Das ist nur der Wind, ne? Mega flaut, äh, boah. Ich kann das gerade nicht in mein Zimmer machen, weil mein Zimmer wird renoviert. Ich kann das erst wieder in zwei Monaten machen. Boah. Und ja, dann, sag ich mal, ciao. Ich gucke bei Niklas vorbei auf seinen Skype. Niklas.holzfuhr, eins, holzfuhr, 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 ich baller euch einfach gleich in die Kommentare, wie holzfuhr geschrieben wird. Oder, ich kann es auch im Kopf, warte. H, O, L, T, F, U, R, T, H, so. Und der heißt Niklas.holzfuhr, und dann eins, weißt du? Und dann, ähm, ja, guckt bei ihm auf Skype vorbei, er schreibt auch euch zurück. Ich musste ihn, glaube ich, nur einmal anschreiben, der hat mir einfach zurückgeschrieben. Und dann, ähm, ja, guckt bei ihm auf YouTube vorbei, den Magnum, natürlich. Ähm, naja, und damit sag ich ciao. Und guckt bei mir auch natürlich vorbei, bei den Magnum. Ich werde auch über andere machen. Ihr müsst mir nur in die Kommentare ballern. Und dann, damit sag ich, ciao.